Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich Willkommen zu Feldherren TV. Montag, also morgen den 4.9. wird um 20 Uhr der nächste Montagsstream stattfinden. Und diese Woche werden wir hoffentlich dann das erste Mal Core to Arms Gates of Hell Ostfront spielen können. Das hat letzte Woche aufgrund eines plötzlich auftauchenden Updates im Spiel leider nicht funktioniert. Ich hoffe, das wird morgen Abend dann mal besser laufen. Aber letzte Woche haben wir ein bisschen Man-Off vorgespielt. Das war auch sehr, sehr unterhaltsam und ich glaube, dem einen oder anderen hat das auch äußerst Freude bereitet. Okay, dann wird am Mittwoch ein weiterer Livestream stattfinden. Am Mittwoch, den 6.9. auch wieder um 20 Uhr auf YouTube. Dort wurde mir ein weiteres Spiel vom Entwickler zugeschickt, welches wir gemeinsam uns angucken werden. Und dabei handelt es sich um ByteLynx, ein Echtzeit-Basenbau-Strategie-Spiel. Und da ist ein sehr, sehr interessanter Kniff und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Denn dort gibt es keine Einheiten, die wir bauen werden, sondern wir bauen und basteln immer weiter in einer Basis herum. Und mit dieser Basis greifen wir dann Basen von anderen an und klauen ihnen dann auch Bauteile und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr interessante Mechanik. Ich bin wirklich gespannt, was uns da am Mittwoch dann erwarten wird. Also der Mittwoch-Stream am 6.9. um 20 Uhr auf YouTube mit ByteLynx. Das ist aber noch nicht das Ende dieser Woche. Am 7. also den Donnerstag dieser Woche wird dann die nächste Feldherrenrunde, die Feldherrenrunde Nummer 17 stattfinden. Dort werden wir auch wieder ein bisschen Joghurt spielen. Da werden wir wieder ein schönes Bierchen schlabbern. Und natürlich habe ich auch den zweiten Teil des historischen Themas vorbereitet. Das werden wir dann am Mittwoch, äh, am Donnerstag auch durchführen. Okay Leute, also steht viel diese Woche auf dem Programm. Zusätzlich kommen natürlich auch wieder die Let's Plays jeden Tag. Und ja, es wird eine gefüllte Woche, Leute. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, morgen am 4.9. 20 Uhr beginnen wir mit dem Montag-Stream mit Call to Arms Gates of Hell Ostfront. Okay Leute, dann sehen wir uns die folgenden Tage. Ich hoffe, bis dahin bleibt ihr gesund. Bis dahin, euer Sammy. Ciao.